Und liebe Freunde, mein Name ist Steve, ein herzliches Willkommen hier zum nächsten OPL-Spieltag. Ja, endlich ist es soweit, wir spielen gegen Schubi und heute ist es diesmal kein Live-Kommentary-Battern, sondern eher nachkommentiert, weil das Live-Batter ging letztes Mal sehr, sehr lange. Und ja, deswegen habe ich es diesmal ein bisschen einfach kürzer gemacht, wollte ein bisschen Nach-Kommentary machen. Schreibt mir mal einfach in den Chat rein, ob ihr das gerne möchtet, dass ich jetzt wirklich Live-Battles mache oder nachkommentierte Battles. Ja, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, könnt ihr kostenlos machen. Schaut bei den anderen Teilnehmern der OPL vorbei und ich würde sagen, wir starten mit dem Spieltag Nr. 16, müsste es sein. Wir haben letzten Spieltag gewonnen, Souverän zu 3-0, glaube ich, oder 4-0 war es sogar, schon gegen Thai. Und heute müssen wir gegen Schubi ran, ich habe im Team-Building-Video ja schon erwähnt, dass das schwierig wird. Ich habe ja auch jetzt, glaube ich, heute auf Twitter veröffentlicht, dass das Team-Building-Video eigentlich einen Tag vorher kommen sollte. Ging aber nicht, habe ich es zeitlich nicht geschafft und deswegen wundert euch nicht, dass ich im Team-Building-Video gesagt habe, wir haben morgen den Kampf oder so. Sorry, das ging halt einfach. Es war schon vorproduziert, aber ich habe es nicht abgeloadet bekommen und deswegen, naja. Okay, Guys, wir starten gegen Schubi. Wir haben Glurak dabei, wie im Team-Building-Video schon gesagt. Wir haben Akustella. Ich leade auch direkt mit Glurak, weil das eigentlich mein bester Lead ist. Darauf kann ich auf alles größtenteils reagieren, außer auf Skorkro, weil da habe ich so ein bisschen Panik vor Steinhaaren. Ansonsten kann ich eigentlich auf vieles reagieren. Er leadet hier an dieser Stelle mit Rotom, Erd, Pisana, dabei Volkowola, Skorkro, Dianzi, Mega und Relaxo. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner, geiler Kampf geworden, kann ich euch jetzt schon sagen. Und wie gesagt, ich habe gedacht, ich leade direkt einfach mit Glurak. Aus dem einfachen Grund, ich habe zwei Möglichkeiten mit Glurak. Ich kann mit Glurak erstens Solarstrahl drücken, zweitens Flammenwurf und drittens Luftschrift. Ich habe extra die Antikkraft noch draufgepackt. Ja, ich habe jetzt doch keinen Rückenwind drauf, deswegen habe ich nur Angriffsmove. Und ich bin direkt halt in die Mega-Entwicklung und dachte, hey, ganz ehrlich, was soll er mir machen? Er kann mir eigentlich nichts machen. Er kann mir nichts machen. Ich kann safe auf irgendeinen Move gehen. Ich hätte hier, glaube ich, auch an dieser Stelle, um ehrlich zu sein, safe auf einen Angriffsmove gehen können. Also, also nicht safe, aber so auf Step Flammenwurf. Das hätte, glaube ich, mehr gemacht. Bin hier aber dann für den Solarstrahl gegangen, weil ich dachte, okay, das macht ein bisschen mehr auf Rotom. Reicht gleich sogar aus, um das zu one-shotten, wenn das halt nicht speziell so investiert mit ein bisschen Glück. Er wechselt hier aber jetzt in Relaxo, hat es gut prediktet. Relaxo tankt das Ding nämlich. In dem Moment habe ich gesehen, okay, das Relaxo ist halt echt speziell gut investiert. Ich habe überlegt, was ist das für ein Relaxo-Set? Was könnte er spielen? Und deswegen habe ich meine Rakete reingebracht. Das ist mein Arcus Stellar hier in dieser Sache. Und er spielt ja direkt den Steinhang. Und da habe ich gedacht, okay, ganz ehrlich, Relaxo ist genau so ausgelegt, dass er mich bestimmt safe killen kann. Und ich habe auch so ein bisschen Panik vor, dass es so ein Aufbereitungs-Relaxo ist. Und gehe deswegen auf Abschlag, schlage damit die Beere ab. Da sehen wir die Maron-Beere. Und in dem Moment habe ich gesehen, okay, er hat Fluch. Das heißt, er hat die Maron-Beere im Set. Steinhagel. Und da war für mich klar, Bruder, der hat auf jeden Fall safe noch Erholung im Set. Und der vierte Move habe ich so ein bisschen gespannt, ob das jetzt Fassade ist, ob das irgendwie Risikotecke oder was, was ehrlich ist. Ich bin hier für den Dunkelnäbel gegangen, weil ich dachte, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe extra den Dunkelnäbel drauf wegen sowas. Und er zeigt mir jetzt auch wirklich die Fassade. Und das hat mir gezeigt, dass ich das Ding auf jeden Fall nicht verbrennen sollte oder auch toxinieren sollte. Deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Bin deswegen wieder rausgewechselt, weil ich dachte, okay, er wird vielleicht auch rauswechseln. Und so kann ich halt wieder ein bisschen Druck aufbauen. Ich habe Lipomentas reingebracht, weil ich dachte, okay, mit Lipomentas könnte ich ein bisschen Damage drücken. Er ist jetzt aber hier wieder in Werner gegangen an dieser Stelle. Und ich habe gedacht, okay, nicht so geil. Er geht vielleicht auf eine Hydro-Pompe, aber die Sonne ist ja auch scheider in dieser Runde vorbeigegangen. Deswegen war es nicht so geil. Aber ich dachte, bleib einfach drinnen, weil du brauchst Lipomentas nicht so sehr. Du kannst mal die Tarnsteine bringen und du kannst scouten, ob es ein Auflockungsrotum ist. Dadurch, dass er Toxin hat, war ich so zu 80% war ich mir sicher, dass es jetzt auch noch ein Auflocker im Set ist. Und dass das Rotom wahrscheinlich auch noch Überreste im Set hat. Ich bin rausgewechselt auf Kapuriki, weil ich gedacht habe, ja, wenn er jetzt Auflockern drückt, kann ich Save Kapuriki reinbringen. Und kann dann erstmal jetzt mal gucken, dass ich erstmal ein bisschen Damage auf dieses Rotom draufkriege. Oder mit einer Kehrtwende auch wieder rauswechseln kann. Deswegen kann ich halt auch kein Donner-Blitz-Safe drücken oder Donner-Punch, beziehungsweise Donner-Schlagen. Weil ich immer noch diese Panik habe, dass dieser Boy halt Save und Skog geht. Und hier hatte ich das Problem, oder beziehungsweise ich habe echt lange überlegt, ob ich Lipomentas reinbringe. Ich habe mich dann aber doch für Arcus Dernstein. Lipomentas wäre auf jeden Fall wirklich der viel, viel bessere Play gewesen. Weil dann hätte ich Lipomentas wieder draußen gehabt und hätte halt wieder auf die Tarnstände gehen können. Jetzt konnte er jetzt Save ihn in seinen Dianzi gehen. Und jetzt hatte ich so ein bisschen leichte Probleme, weil das Ding fordert eigentlich fast immer einen Kill bei mir im Team. Und da hatte ich so ein bisschen Panik. Ich habe überlegt, okay, was machst du? Lässt du jetzt Arcus Della sterben? Lässt du es nicht sterben? Ich habe überlegt, okay, ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen Glück habe, ist es eine Wunde und ich überlebe das. Ich überlebe es aber nicht, sterbe daran. An den Erdkräften und habe überlegt, okay, ganz ehrlich, da musst du jetzt Gardevoir reinbringen. Mit Gardevoir musst du erstmal ein bisschen Damage drauf machen und du hast den Energieball drauf. Das war ja auch ganz wichtig. Ich habe den Energieball drauf und dachte mir so, okay, mit einem Energieball kann ich jetzt ein bisschen was machen. Vielleicht geht er auch in Rotom, da macht das sehr, sehr guten Damage. Er geht in Lukas rein. Das ist hier sein, äh, Sanna, was sehr geil war eigentlich in dem Moment, weil ich gedacht habe, oh, nice, jetzt kriegst du mal ein bisschen Damage drauf, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich dachte mir, okay, super, geil. Und, ähm, er kriegt auch direkt den Drop. Ich bin rausgewechselt, weil ich gedacht habe, okay, er wird auch rauswechseln, weil er Panik hat, dass ich ihn jetzt rausnehme. Bin deswegen in Glurak gegangen und habe gedacht, er wird wahrscheinlich, war so meine Überlegung, dass er wahrscheinlich, wahrscheinlich in Ramoth geht oder in Dianzi. Und, er ging in Ramoth und ich dachte mir so, ja, nice. So, und jetzt war für mich die Sache, zeigst du ihm jetzt, dass du Antikkräfte drauf hast oder gehst du auf einen Flammenwurf, was mehr Damage macht im Moment, egal was reinkommt. Und ich habe überlegt, ich kann ihm eigentlich zeigen, dass ich die Antikkraft drauf habe, weil es ist nicht schlimm. Weil wenn ich den Boost jetzt bekommen sollte, würde ich mit Glurak durch das halbe Team gehen, ohne Probleme. Ich habe ihn aber leider nicht gekriegt. Das heißt, das erste Mal Antikkraft eingesetzt, leider keinen Boost bekommen. Sehr, sehr schade eigentlich, ich hätte den sehr gerne gehabt. War aber leider nicht der Fall. Sehr schade eigentlich, ich hätte mich echt gefreut, hätte ich ihn bekommen. Glurak killt damit erstmal Rotom, was für mich an dieser Stelle sehr gut war. Er bringt wieder Dianzi ran und das Problem ist einfach, Dianzi ist schneller als mein Glurak und das Ding fordert wieder einen Kill. Es wird jetzt so Wehlenkraft einsetzen und würde irgendwas töten. Deswegen ging ich in Lipomentas, weil Lipomentas tankt das einfach. Und ich hatte überlegt, okay, ganz ehrlich, was machst du mit Lipomentas? Lipomentas, okay, er könnte vielleicht jetzt Moonblast drücken. Erdkräfte kann er nicht, Juwelenkraft könnte er normal drücken. Du willst einfach ein bisschen Damage auf das Ding haben, damit du es mit Gardevoir finishen kannst, weil du ja schneller bist. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt gehst du auf Shadow Ball, weil wenn er rauswechseln wird, wird er in Lukas gehen, also in seinen Pisana. Und, Geist, er ist wirklich in seinen Pisana gegangen und ich konnte damit richtig guten Damage drücken. Und ihr seht jetzt auch, dass das fast ausreicht, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das zweimal jetzt noch sein müsste oder einmal, kann ich euch noch nicht sagen, sehen wir gleich. Aber ich dachte in dem Moment, nice, der Play war geil. Und ich habe überlegt, okay, was soll er machen? Er ist wirklich ein Reflektor-Typ, weil er halt wirklich wahrscheinlich mega Panik vor mein Halucha hat. Und ich dachte mir so, okay, nice, nimmst du es raus. Es reicht leider nicht aus, um das Ding zu finishen, was mich sehr, 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 oder was ich sehr, sehr, sehr schade finde eigentlich, weil ich hätte es gerne gefinisht. Jetzt in diesen Turn hier eigentlich hätte ich rein theoretisch mal auf Tarnsteine gehen sollen und nicht auswechseln sollen, aber ich habe, ich bin halt ausgewechselt. Ich hätte halt wirklich einfach auf Tarnsteine gehen sollen, hätte meine Tarnsteine nochmal gelegt. Das Problem wäre einfach gewesen, er hat Magiespiegel und deswegen bin ich halt in Gardevoir gegangen, aber ich habe mich da verschätzt, weil ich habe eigentlich überlegt, Magiespiegel kopiert Statusattacken. Das heißt, wenn er jetzt eine Statusattacke einsetzt, so wie Lichtschild, kopiere ich das für mich. Ja, leider nicht der Fall gewesen. Ich habe das total, ich habe echt gedacht, Magiespiegel kopiert das. Und jetzt kam der nächste Fili, den ich hatte. Ich habe so überlegt, okay, kopiert Magiespiegel auch den Falter rein, weil jetzt würde er auf den Falter reingehen wollen. Und ich bin halt safe in mein Kapuriki gegangen. Dachte mir, okay, er kann mir eigentlich nicht viel machen. Er wird jetzt wahrscheinlich einen Falter reingrücken wollen, um sich zu boosten, ist jetzt bei Plus Eins mit Spezialverteidigung, mit alles Mögliche halt. Das Ding ist einfach fucking shit geil. Das haut richtig rein. Und hier in dem Moment war für mich einfach so, wo ich gedacht habe, fuck, ich habe total vergessen, dass das ein Headstein-User ist. Im Match, wie gesagt, ich habe das Team-Video, also das Team habe ich am Mittwoch letzte Woche oder Dienstag schon davor gebaut, weil ich nicht viel Zeit hatte die Woche. Und heute an dem Tag, wo ich das dann aufgenommen habe, wir haben erst am Montag gespielt, also zwei Tage vor dem Upload jetzt, das ist unnormal, da habe ich einfach total ausgewählt, dass das ein Headstein-User war. Und dann dachte ich mir so, fuck, jetzt hast du Kapuriki verloren. Ich bin in Glorak gegangen, weil ich dachte, okay, ganz ehrlich, mit Glorak kannst du mit Antikkraft irgendwas machen. Du kannst ihn vielleicht noch Two-Shotten damit. Und mit ein bisschen Glück kriegst du vielleicht ihn auch so weit angedamaged, oder mit ein bisschen Glück kriegst du halt den Boost, habe ich gedacht. Okay, ich gehe auf Antikkraft und dachte mir so, bitte, jetzt komm, bitte, bitte. Ich muss den Boost kriegen oder das Ding rausnehmen. Ich mache auch guten Damage. Er ist ja bei plus zwei, muss man dazu anmerken. Jetzt geht er auf plus drei. Wir sehen jetzt aber auch, Guys, dass es fast ausreicht, auch wenn er den dritten Boost drin hat, mit einer Antikkraft ihn da zu finishen. Und es reicht wirklich fast aus. Er kann sich halt nochmal als Setup auf vier, aber ich habe gedacht, das würde er nicht machen. Er hat aber Morgengrauen im Setup. Und in dem Moment dachte ich mir so, nein. Das war für mich in dem Moment ein dickes GG an dieser Stelle. Ich hatte in dem Moment, hatte ich das Match aufgegeben, weil das war für mich ab jetzt der Moment, wo er mich sweepen kann, wo er durch mein Team gehen kann, weil ich ab jetzt nichts mehr machen kann, wirklich. Ich war einfach, ich bin jetzt einfach nur noch Whip, weil er konnte sich hochheilen, ja, mit Morgengrauen. Er hat Feuerstummen-Set. Vielleicht kann das auch missen. Das wäre natürlich sehr, sehr lecker, wenn das misst. Dazu, das sehen wir aber gleich noch. Aber für mich war das Match in dem Moment einfach jetzt, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, GG, du wirst von Volkerola gesweept. Ich habe auch nicht gerechnet, oder ich wusste auch nicht, dass du halt dich boosten darfst, dann Setbooth machen kannst und dich einfach weiter boosten kannst. Die ganze Zeit ist ja okay, aber ich hatte das einfach total nicht auf dem Schienen. Kapuriki hätte nicht so viel dagegen gemacht, um ehrlich zu sein. Das stimmt. Ich hätte auch viel, viel früher Racerdero reinbringen sollen, wegen der Fähigkeit allein schon, weil ich dann eine Elastung getrickert hätte, hätte hier mit Akrobatik einen guten Damage gemacht. Und ich habe es aber einfach alles nicht gemacht. Und deswegen sweept mich hier Volkerola einfach im Late-Game komplett weg. Wie gesagt, ich habe vergessen, dass das der Z-Stein-User ist. Ich habe einfach am Ende ein bisschen, ein bisschen richtig kacke gespielt. Wirklich, eigentlich nicht kacke, eigentlich richtig beschissen dumm gespielt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, eigentlich verdient der Sieg für Schubi. Er hat sich, glaube ich, viel, viel besser vorbereiten können als ich. Und das Team oder beziehungsweise beim Teambau ist das schon das A und O einfach. Wenn man da schon gut anfängt, ein Team zu bauen und sich wirklich Zeit nimmt, weil normalerweise habe ich wirklich immer so drei, drei Stunden ungefähr für ein Teambau, auch gegen Tai, auch gegen Drake und so. Das sind alles so, wo ich mir bis jetzt immer viel Zeit nehmen konnte. Bloß bei Schubi diesmal nicht, weil es einfach arbeitstechnisch bei mir nicht ging. Und deswegen habe ich das Team relativ einfach so, ja, eben so schnell den Showdown erstellt. Und so eine halbe Stunde, Stunde war ich schon fast durch mit dem ganzen Team. Ich werde mir aber für den nächsten Boy auf jeden Fall wieder mehr Zeit nehmen, weil wir müssen im nächsten Spieltag, müssen wir, wenn ich jetzt richtig liege, ich glaube gegen Celos sogar ran, ne? Genau. Im Spieltag 17 geht es gegen Celos, ja? Und diesen Fight, den wollen wir gewinnen. Und da werde ich mir was überlegen. Wird auf jeden Fall knurke, der Kampf wird auf jeden Fall richtig fresh. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Spieltag auch wieder einschaltet. Ich werde meine Niederlage auf jeden Fall ausbessern, gegen Celos. Wenn wir einen Win holen, wäre das sehr, sehr geil, weil für uns auch auf jeden Fall wäre das gut, dass wir aus dem Keller da ein bisschen rauskommen. Dafür müssen wir Wins sammeln. Und die brauchen wir. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Daumen da lassen, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Tschau.